Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr bei einem neuen Video wieder mit dabei seid. Mich hat heute ein Päckchen von Mainpunkt erreicht, auf das ich mich mega, mega freue. Und ja, wir schauen jetzt da gemeinsam rein, also bleibt sehr, sehr gerne dran. Mainpunkt fertigt Schmuck aus Sterling Silver an und den kann man aber auch in Gold plattiert oder Rosé Gold plattiert kaufen. Und ja, ich habe ein Päckchen bekommen, freue mich jetzt schon mega, das mit euch zusammen öffnen zu dürfen. Sehr, sehr wertig, es kommt immer in Seidenpapier verpackt. Es ist noch ein kleines Kärtchen drin, 925, inspiriert Sterling Silver. Vielen Dank für Ihren Einkauf bei Mainpunkt. Und dann habe ich hier auch zwei Schmuckstücke, die ich euch heute vorstellen darf. Und noch nicht genug, ich habe coole Rabattcodes für euch. Das erste ist mein persönlicher Rabattcode, den ich euch jetzt einblende. Mit diesem Rabattcode spart ihr die Versandkosten und dieser Rabattcode lässt sich mit anderen Rabattcodes aus Aktionen verbinden. Und so eine Aktion findet jetzt gerade statt und zwar bis zum 23.10. erhaltet ihr 35% Rabatt. Also 35% ist schon der Wahnsinn. Und sie haben geschrieben, das ist der größte Sale von diesem Jahr. Also wenn euch der Schmuck von Mainpunkt interessiert, stöbert auf jeden Fall auf der Homepage durch. Guckt nach, ihr könnt entweder meine Schmuckstücke nachshoppen oder euch von anderen Schmuckstücken inspirieren lassen. Sie haben da eine ganz tolle Auswahl für alle Altersklassen. Also es ist auf jeden Fall für alle was dabei. Sehr, sehr cool. Der Code lautet MP35, blende ich euch aber auch nochmal ein. Und wenn ihr eben die beiden Codes miteinander kombiniert, den MP35 für die 35% plus meinen Rabattcode, da bekommt ihr eben die Versandkosten noch gratis. Da habt ihr am meisten dann einfach davon. So, und jetzt kommt mein Highlight, weil diese Schmuckkollektion habe ich gesehen im Sommer und habe mich so sehr da drin verliebt. Und das sind so schöne Sachen. Ich blende euch auch immer ein, wie die Namen der Schmuckstücke heißen, die ich euch heute zeigen darf. Das erste, ich freue mich so mega wesig, ist diese mega schöne Halskette. Die ist eben auch goldplattiert, aus Darlingsilber gefertigt und hat einen Anhänger in Türkis unten dran. Und ich finde, die ist so schön. Oh mein Gott. Und die werden wir jetzt auch gleich rausholen. Die Kette, die hat so Kugelglieder. Also das sind wie so kleine Kügelchen aneinander. Und der Verschluss ist so gefertigt, dass man ihn nicht großartig Größen verstellen kann. Ich lege mir die Halskette jetzt gleich an, dann seht ihr auch, wie lang die ist. Aber da kann man jetzt von der Größe her nicht viel verstellen. Vielleicht kann man aber auch sowas dazwischen reingeben, wenn man sie gern noch weiter unten haben möchte. Und eben, ja, ich finde einfach Türkis so eine knalle Farbe. Richtig, richtig cool. So, und das ist jetzt die Länge der Kette. Also sie geht mir bis hier. Ich könnte jetzt auch zum Beispiel so einen V-Aufschnitt anziehen. Und da wird sie noch viel, viel besser dazu passen, wie der Rundhalsausschnitt jetzt. Aber selbst da finde ich die Kette echt, echt schön. Also entweder pur auf der Haut zu tragen oder eben hier auch auf der Kleidung. Ja, sehr, sehr schön. Also ich freue mich da riesig drüber. Und damit nicht genug, es gibt noch ein kleines Schächtelchen. Und kleine Schächtelchen sprechen ja entweder für Ringe oder Ohrringe. Und in dem Fall sind es einfach die passenden Ohrringe zur Kette dazu. Mega, mega schön. Und die haben jetzt das gleiche Muster. Und das sind so Stecker. Die kennt ihr sicher alle. Und die sind auch einfacher reinzugeben als die Kreolen, wo ich mich letztes Mal dran probiert habe, weil ich nicht so oft Ohrringe trage. Aber werde ich in Zukunft häufiger einfach machen, weil ich ja jetzt auch Ohrringe habe. Ich habe irgendwie eine großartige Ohrringe gehabt. Jetzt werde ich auch öfters Ohrringe tragen. Wenn ich mir natürlich die Haare jetzt hoch mache, dann sieht man die Ohrringe natürlich auch umso besser. Diese Kette gibt es auch in verschiedenen Farben. Also ich meine, in schwarz hätte ich sie gesehen, in rot hätte ich sie gesehen. Also mit hier rotem Inlet. Und auch mit so Perlmutt, weiß, rosé. Auch richtig, richtig schön. Aber besonders das Zurkis hat mich irgendwie angesprochen, weil das so nach Sommer schreit irgendwie. Und Sommer ist auch meine liebste Jahreszeit. Und die kann ich hier so ein bisschen einfangen mit dem Schmuck. Ja, ich kann euch nur raten, wirklich auf der Homepage vorbeizuschauen, ein bisschen durch die Angebote durchzustöbern. Ja, und den persönlichen, individuellen Geschmack dort auszuleben. Was einem auch gefällt, ob eher in die Silberrichtung, Rosé-Goldrichtung, Goldrichtung. Ja, mir gefällt persönlich die Goldrichtung immer am meisten. Ich weiß nicht, ob es an den blonden Haaren liegt oder so, aber ja, Gold gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Ich habe, meine ich, kaum Schmuck in Silber. Und ja, es ist irgendwie so ein Herzensthema. Wie gesagt, könnt ihr jetzt doppelt sparen. Einmal der Riesensale mit 35% Rabatt. MP35 ist das Codewort, der Rabattcode, den ihr im Warenkorb eingeben könnt oder an der Kasse. Und mit meinem Rabattcode noch zusätzlich Versandkosten frei. Ja, also, herzliche Einladung, schaut vorbei im Shop. Es ist ein so tolles Team dahinter, so liebe Menschen. Und ich freue mich da sehr, die Marke unterstützen zu dürfen und auch die Schmuckstücke euch heute zeigen zu dürfen. Ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Übersetiva. Untertitelung des ZDF, 2020